Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Wie ihr seht, wir übrigen hier so ein Menü hier, und zwar gespielt die Sips 4. Und ja, hab ich mir gedacht, also ich wollte schon immer ablohnen und das war mir schon nicht so richtig erwähnt, also hab ich nie so richtig erwähnt. Und ja, das mache ich jetzt auch. Und ja, die Sips 4 und jetzt sind wir nicht im Menü, jetzt sind wir selber so ein Zimmer-Sperr. Ähm, vorne mal machen wir uns am besten als Günther, keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. Und, äh, als Nachname... Äh, juhu... Bär, äh... Jawohl! N- Wähl einem bestrebe... Ich weiß nicht, dass ich sie zu verabschieden kann... ... ich bin jetzt so cool... Hier kann man verhandeln nehmen... Geek... Geek? Ah, ich bin... Chippa! Ha ha ha! Oberoi! Chippa! Das ist ein paar Teeth. ... ... jetzt gehen wir mal tief... ... ich weiß nicht, was so ein Weg ist... ... ähm... ... ich weiß nicht... ... äh, ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt nicht so tief los bin... ... ich weiß nicht... ... hm... ... so, dann können wir ja so schimmelige Staunen hier... ... ich sag mal, gut, wir müssen mal weg... ... oder wir haben Kari hier... ... mal fahren, aber... ... ein bisschen Platz am besten über E-Gap-Peta... ... äh, keine Ahnung... ... was ich auch natürlich will... ... jetzt Platz ändern... ... äh... ... aber irgendwie so... ... ähm... ... äh... ... er wollte wohl auch nicht, oder? ... äh... ... äh... ... wie muss ich noch mal weg... ... wie sieht der Tor aus... ... äh... ... das ist noch nicht... ... das ist noch ein richtiger Peter, irgendwie... ... ist doch lustig, oder? ... ... ... da kommt noch ein bisschen... ... am besten... ... ... ah... ... ah... ... ah... ... ah... ... ah... ... oh yes... ... äh... ... ähm... ... Kleidung, ähm... ... ähm... ... wie genau... ... ein Hemd, oder so... ... ach... ... wieso ist hier so ein Hemd? ... ... so... ... äh... ... was... ... so weiß ich nicht... ... immer so... ... einfach so ein... ...es T-Shirt... ... ... hm... ... hm... ... da war mit dem Hemd... ... jetzt sind die schon... ... Lose noch so sind... ... Lose... ... hier... ... und... ... ach... ... ... wieso... ... wieso... ... ... nein... ... war so schwarz... ... ... Schuhe... ... ... ... die... ... k... ... gut war so die Lose... ... ... ... sie sind so für schöne Schuhe... ... ... so was hier so schwarz... ... noch was... ... kann ich mir dann ändern... ... so hier ist ja schon rass die Lose hier auch hier... ... wie so ne Pule... ... und so... ... wieso so was hier... ... was hier... ... wieso was hier... ... wieso ist... ... fang wie... ... weiß was dem Ding da... ... ja... ... ha... ... das so schwarz... ... so... ... Sportcheidung... ... Eli... ... sja... Das ist ein T-Shirt oder die Schuhe. Das ist ein T-Shirt oder die Schuhe. Was? Hose. Schuhe. Schuhe. Blau und... Das ist nicht ganz cool für meine Verkannung, aber schöne Stutzende nehmen. Ich habe nur noch eine richtige Füße auf den Stellen. Das ist nicht. So, nach der Stelle kann ich mir so ein Drogenpoto nehmen. So was hier. Schuhe. Schuhe und Zoffen. Wie so was hier. Hose, weil ich immer noch nicht so anziehen kann. Yo. Was ist denn los? Ich bin echt ein bisschen zu heftig aus. Aber die Hosen sind dann wieder weg. Ich bin eigentlich nicht genug, aber sie müssen ja jede Worte rausgehen, auch gar keine Worte. Aber es ist das, was ich für meine. Dann machen sie mir so ganz viel. Sie müssen nicht mehr. Ich muss die Hose nachzudenken nehmen. Partykleidung. Der Körper kommt mir so etwas lockeres im Hirn. Fah, so ein T-Shirt oder so. Das ist irgendwas. Ich hab's... ich hab's hier früher an... Oh, das T-Shirt ist noch da... Wenn auch noch... wenn auch noch Geschossiger... Das soll doch einfach nur schwarz sein... Ich hab hier so eine schöne Hose irgendwie, sowas hier... Die Schuhe... Ich hab hier so eine kleine Kleinerung... Die Kleinerung... Die Kleinerung... Die Kleinerung... So was hier... Wenn wir verhebt, wir sind noch ein bisschen... Das sieht immer aus wie... Das ist die Kleinerung... Das ist die Kleinerung... Das ist unser Peter hier... Das ist natürlich nicht... Ähm... Das sieht aus... Aber krass... Sehr krass... Und ja... Das ist so aus hier... Und ja... So... Spielen... So... Spielen... So... Häkchen... Und dann... Ich hab schon dieses Haus ausgesucht hier... Äh... Vorher irgendwas machen... Dennoch können wir gerne so einen Cheat eingeben... Äh... Können wir jetzt da ein... Das sind schon ein passendes... Wochen... Ein Geld ausgeben... Können wir direkt hier einziehen... Können wir mal spielen... Und wir hätten damit unsere Familie so... Neh... Und... Unsere einzige Person eigentlich ne... Ich wollte jetzt nicht... Ich wollte mich schon mit fünf... Äh... Leute erstellen... Einfach nur eine Person... Oder... Mal sehen wie sich jetzt... Wie sich so entwickelt... Neh... Als nur eine Person reicht... Ah... Hallo... Das passt ja alles hoffentlich... Neh... Ich muss mein Decker so ein PC kaufen... Wollen wir mal auf Formmodus mal eben klicken... Dann können wir dann schlafen... Und... 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 Hier kann man nicht schlafen... Aber das hier... Wir entwickeln jetzt einen... Äh... Süderraum hier... Ja... Wir... Wir wohnen... Wir gehen über den Schweitlisch hier... Mit Nehmer denn mal... So was hier... Auch noch... So... Nein... Dann können wir auch einen Stuh dahin... Hier... Schönen Stuhl... Bisschen so schöne Stühle... Irgendwie zu sagen... Also... Ich finde jetzt so an Sims 2... Schon besser... So... Die Stühle... So... Hier gibt es hier sehr wenige Stühle... So... Und... Vielleicht eigentlich auch schon irgendwie... So an Sims 2... Jetzt vielleicht schon lahm... Neh... Und... Ähm... Eigentlich auch so eigentlich viel besser... So... Aber... Keine Ahnung... Ich meine sie nicht... Ist sowas hier... Ja... Neh... So... Klopfen wir mal da drauf... Und ja... Dann kann ich nicht... Ein paar Eichler-Schlüssel noch hier... Virtuell... So was hier... Auch hier... Es ist... Wir müssen schon drehen... Hier... Und jetzt einfach entstand ein... Dann passt das... Hier... Wir können hier... Ein bisschen zocken... Oder so ne... Also nach mal der nächsten Folge... Und damit er sich im Moment noch rum... Und nicht mal zehn Minuten folgen... Es ist gewohnt und wir werden uns im nächsten Folge wieder... Also wenn wir uns wieder befreien... Dann lasst du dir ein paar Runde... Und wir müssen die nächste Woche wieder... Und keine Runde... Vielen Dank.